Ich zeige dir heute, wie du Dandan-Nudeln selber machst. Die sind ein absoluter Klassiker der Sichuan-Küche und haben von dort aus ihren Siegeszug um die Welt angetreten, könnte man sagen. Die sind übrigens auch die Inspiration für Tantanmen-Rahmen, die ich dir neulich erst gezeigt habe, wie du die machst. Die Soße besteht aus Tahini-Chili-Öl und ein paar weiteren Aromagebern. Das Rezept ist wie immer auf heiße Himbeeren. Dann bereiten wir unser Hack zu. Dafür geben wir Knoblauch und Ingwer in die Pfanne mit Sesamöl und dazu kommt dann Yachai. Yachai sind fermentierte Senfblätter, die du ganz einfach im Asia-Shop kaufen kannst. Zur Not tut es sonst auch Kimchi, aber Yachai ist schon typischer. Ich habe hier übrigens Sojagranulat verwendet. Du kannst aber auch anderes pflanzliches Hack oder herkömmliches Hackfleisch verwenden, wie du das am liebsten hast. Dann bauen wir das Ganze zusammen. Soße in den Topf, Nudeln dazu, Hack drauf, Pak Choi dazu und zum Servieren noch ein bisschen Koriander und Frühlingszwiebeln drüber und natürlich weiteres Crispy-Chili-Öl kräftig umrühren und dann lässt man sich die Dandan-Nudeln auch schon schmecken.